Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anus 1602 History Edition mit Haubenhuhn oder Martin, richtig? Ja, hallo. So, auf geht's. Ich habe letztes Mal, ich habe erfolgreich Erzproduktion gemacht und Werkzeugproduktion vor allem. Und ja, jetzt schauen wir mal, dass ich... Oh, Material. Hier, wie war das? Schauen wir mal bei... Achso, ich muss ja erst mal mein Geld fixen. Ich war eventuell im Minus. Ähm, ja gut, ne, das ist so semi-optimal. Äh, Steuern hoch. Die Bilanz sieht auch ziemlich schlecht aus. Ja, ich... Bei mir ist halt... Ich bin jetzt bei plus drei Talern, aber ich habe genau minus zehn Taler. So, ju hey. Das Ding ist halt... Bei mir ist der Alkohol noch nicht richtig eingelaufen, das ist das Problem. Sonst wären meine Steuern easy, wieder im Grünen, aber ja, der Alkohol... Ja. Ja, mein Schiff ist auch nicht mehr auf Handelsroute. Ah, jetzt wieder. Ah ja, stimmt. Ich wollte in der letzten Folge noch das Zeug verkaufen. Stein, oder? Du wolltest Stein verkaufen gehen, glaube ich. Ja. Ja, ja. Aber er hat natürlich keinen Stein eingekauft. Ja gut, ich würde gerne den blauen verkaufen, der kauft auch noch Stein an. Am blauen bin ich ja gerade, oder? Wo ist mein Schiff? Äh, ich weiß nicht, wo dein Schiff ist. Ich sehe nur mein Schiff auf der Karte. Da ist der Händler. Achso, na, ich bin bei der Nebeninsel von ihm. Warte. Da ist ein... Da ist ein blaues Schiff. Na, na, ich habe mein Schiff schon. Okay, ja gut. Du kannst mit Tab kannst du... Ne, geht nicht hier. Ah, ne, es geht nicht hier. Du kannst über die Schiffsliste gehen und da das Schiff anklicken. Ja, das habe ich gerade getan. Aber die Steuerung in Anno 1602 ist nicht so... Ja, die ist nicht so intuitiv wie die anderen neueren Steuerungen. Ja, aber auch wenn man etwas klickt, braucht es immer ein bisschen, bis es reagiert. Ja, echt? Also... Ja, bei mir schon. Also vielleicht habe ich auch etwas falsch eingestellt. Ja, weiß ich jetzt nicht. Um ehrlich zu sein, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn ich die da hinsetze, dann... Ja, okay. Ich muss jetzt erstmal Werkzeug reinkarren. So, was kann ich auf der Insel alles noch abbauen? Außer Eisenerz. Ach, Gold. Richtig. Und Weintrauben. Das heißt, ich sollte hier wahrscheinlich dann gleich mal anfangen, Tabak zu bauen. Ja... Ich weiß nur, wie ich da den Marktplatz irgendwo hinsetzen. Ja, wahrscheinlich hier irgendwo so, da ich möglichst viel Bauplatz kriege. So, ich könnte eigentlich auch nochmal ein paar Häuser bauen. Oder eine Werft. Eine Werft wäre auch mal was Gutes. Ziegel bringen ja sauviel Geld. Ich habe gerade, weiß ich nicht, 500 gemacht. Ja, ich sag ja, Ziegel sind ziemlich strong. Wie viel bekommt man bitte für eine Tonne? Äh, ja, bei... Also, du kannst jetzt bei der KI für 33 Tonnen... Äh, 33 Taler pro Tonne verkaufen. Oh, boah. Das ist so... Das ist kein schlechter Deal. Ich sag's mal so. So, wie viel... Habt ihr Alkohol? Ja, ihr habt Alkohol. Erstmal Steuern hoch. Oh, endlich... Endlich wieder ein Plus. Gott sei Dank. Ich könnte eigentlich Holz verkaufen. Ich brauche gar nicht so viel Holz gerade. Aber gleichzeitig will ich... Eigentlich hier auch noch nicht... Ja, eigentlich möchte ich hier dann noch irgendwo eine Schule hinbauen. Und ein Wirtshaus demnächst mal. Ja, vielleicht brauche ich hier einfach noch ein paar Häuser hin. Hier noch eine Reihe Häuser. Achso, ich hab kein Geld für irgendwas. So, kauf dir blaue Reihen so viel Holz an. Nö, nur Stein. Doch hier oben, aber das Holz wird... Ah, die 9 Tonnen. Warte mal. Äh, du kaufst kein Holz an, oder? Nö. Nö, du kaufst... Du kaufst... Verkaufst nur Stein. Ja. Zum immer noch zu günstigsten... Zu günstigem Preis. Boah, ich müsste hier wieder Werkzeug einkaufen. Ja, hast du noch keine Mine freigeschaltet. Äh, warte. Herzmine. Müssen wir auch schauen. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Aber ich habe einfach das Geld noch nicht für eine Produktion. Achso. Du brauchst ja auch Werkzeug, also für die Schmiede. Jaja, du brauchst halt eine Schmelze. Also du brauchst 17 Tonnen Werkzeug brauchst du für eine... Wenn du nur eine Werkzeugschmiede baust. Du könntest zwei bauen auf eine Schmelze, aber ja. Hm. Ich baue meistens erstmal eine, weil... Ja. Braucht zwar dann länger, aber was soll's. Ja. Also ich bin da dann entspannt. Also ich hätte... Ich würde halt ganz gerne auch was machen, aber ich habe halt auch kein Geld. Ah, ich kann die Steuern richtig aufbumpen. Ja. Du hast schon Gewürze, ne? Das ist halt ein Vorteil. Ja. Ich habe halt noch kein zweites Ressource im Prinzip angefangen. Na, ich muss hier jetzt nochmal einen Marktplatz bauen. Und dann kann ich... Äh, kann ich da hinten... Dann muss ich noch einen bauen eigentlich, damit ich... Hier hinten sinnvoll Tabak bauen kann. Damit mich das... Damit mich das nicht stört. So. Ich kann ein bisschen Holz verkaufen gehen. Immerhin wird da 400 Münzen drin. Kann ich eigentlich hier Holz verkaufen? So. Kauft er eigentlich noch Holz an? Nö. Ich glaube, jetzt kauft keiner mehr Holz an. Mhm. Aber ich kann es ja trotzdem mal in Verkauf packen. Joa, schadet nie. Schadet nie. Es gibt ja auch den freien Händler hier. Ja, der kauft... Der kauft nur leider... Für die guten Preise nicht ein. Den muss es wirklich auf... Also... Da muss es runterhauen, die Preise. Ich will es ja nicht... In 2021... In 2021 gibt es ja so eine Fähigkeit, dass dir... Dass da so eine Flote kommt und dir alles abkauft, was du verkaufst. Ja, es ist halt... Insane. So, okay. Ich bräuchte eigentlich denn das da. Gut, dann machen wir das doch mal. Ich habe nämlich noch... Keine... Südliche Insel besiedelt. Das sollte mich... Ich sollte das, glaube ich, mal ändern. So, Stein bräuchte ich eigentlich noch nicht mitnehmen. Mein Konto ist auf der Seite. Dann kann ich da anlegen. Sollte passen. So, dann... Bei dir geht auch voran, oder? Ja, du sparst jetzt gerade wahrscheinlich auf Erzproduktion, ne? Ja, ich brauche erst Werkzeug. Ich glaube erst vier Tonnen. Kann ich irgendwie das Aufsteigen sperren bei den... Äh, ja, du gehst auf den Marktplatz. Oder auf den Konto geht genauso. Und dann hast du da diese Baumaterialien und dann kannst du sperren. Ah, ich habe es gesehen. Gut. Sonst hätten sie gleich mein ganzes Werkzeug wieder verschwendet. Ja, ich weiß. Es ist, ja... Ganz schön nervig. Okay, wie viel kostet mich ein Konto? 100, ja, okay. Auf geht's. So, und dann machen wir hier gleich nochmal einen... ...Marktplatz hin. Ähm... Ja, hier so. Und dann nehme ich... Ne... Doch, dann nehme ich das Werkzeug erst mal mit. Oh, da war ich auch für meine Hauptinsel. Das ist jetzt halt nervig für mich, weil ich Werkzeug rüberkarren muss, aber... Ich will es halt nicht riskieren, an dem Vulkan zu bauen. Das ist... Das ist einfach... Weißt du, wir spielen auf schwer. Das heißt, in 1602 bricht der Vulkan garantiert aus. Und da ich den einzigsten Vulkan auf Map auf der Insel habe, wird er halt permanent am Ausbrechen sein irgendwann. Also, schätze ich. Vielleicht habe ich auch Glück und er bricht nie aus. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich... Also, da glaube ich halt auch nicht dran, deswegen... So, ich bin noch positiv, weil ich Alkohol habe. Das ist sehr gut. Na, jetzt brauche ich halt Tabak. Und für Tabak bräuchte ich eigentlich hier... Alkohol ist das Wundermittel für alle Geldprobleme in jedem Anno. Ja, irgendwie schon, ne? Außer in 2205, da gibt es ja gar kein Alkohol. Ja, das ist das Anno, das ich, äh... Dark Ages Anno, oder wie war das? Ja, anscheinend ist die... Ich habe es mal gespielt, aber ja. Ich habe es dann wieder aufgehört. Es ist halt... Es macht halt... Also, Jahr 1602 hast du auch zwar eine offene Map und so. Also, da ist die auch schon offen von Anfang an. Aber in 2070 ist es halt so, die ist schon offen von Anfang an. Und die Insel, da gibt es eigentlich nur eine Insel so, weißt du? Ja, es gibt halt viele Welten mit einer Insel. Ja, aber es ist halt so komplett... Dieses Insel erkunden und sowas und aufbauen. Eine Insel wurde besiedelt. Oh, eine Insel wurde besiedelt. Ich muss mir die schnappen, weil... Sonst habe ich keine Tabak-Insel mehr, wenn wir... Wenn das etwa... Wenn das wer anders besiedelt. Das ist halt mein Problem. Und das Blöde ist, dass es nur 50% Tabak... Doch, es hätte noch eine kleine gegeben mit 100%, ne? Ja, aber auch klein nur. Ja, ja. Aber es hätte noch... Also, da über dem Blau... Zwischen den Blauen Inseln hätte es im Prinzip noch eine 100% Insel. Also, nur so eine kleine. Ja, ja. Also, sch... Also, die ist... Na, die ist besiedelt. Ja, die ist halt ziemlich winzig. Da kriegst du vielleicht... Zwei, vier Plantagen drauf und zwei Tabakwarenproduktion. Ja, sinnlos. Na, sinnlos nicht, aber... Ist schon, ist schon, äh... Ist schon wenig. Ja, reicht nicht für lange. Ja, wobei... Glaub, bei Tabak geht sogar. Ich hab keine Ahnung, wie viel das die Siedler hier brauchen. Siedler brauchen noch nicht so viel. Erst die... Erst die Kaufleute, Alter. Also, wie viel die Bewohner brauchen. Die Kaufleute brauchen noch unendlich viel Tabak. Ne, ist so wirklich. Ist es... Ach. Aber ich hab kein Geld. Warum hab ich denn eigentlich gar kein Geld die ganze Zeit? Ich muss einfach irgendwas verkaufen gehen. Kaufst du irgendwie Stein? Stein. Das Praktische hier ist auch, dass ich dann eine Handelsroute machen kann. Und dann alle Inseln gleich im gleichen Fleck. Ja, das ist praktisch tatsächlich, ja. Das geht bei mir aber eigentlich auch noch. So weit sind die nicht auseinander. Und der Vulkan bricht aus. Richtig? Ja. Guck, guck bei mir rein. Der Vulkan bricht aus. Ich bin so froh, dass ich da keine Erz... Erzdings gebaut hab. Jetzt hoffe ich nur, dass mein... Meine Animation. Ich hoffe nur, dass mein Steinbruch überlebt. Dass der weit genug weg ist. Ja, ich glaub mein Steinbruch ist okay. Ja, mein Steinbruch ist okay. Da, dann... Alles gut. Solange der Steinbruch okay ist, ein paar Wege kann ich wieder ersetzen. Das ist... Äh... So, Ziegel verkaufen. Der Gelbe braucht doch auch bestimmt wieder Ziegel. Ja, klar braucht der wieder Ziegel. Muss ich die halt doch aktiv verkaufen gehen. Wenn es nicht anders geht, dann ist halt so. Vielleicht kann ich an den Gelben noch Gewürze verkaufen. Dafür bekommst du ja auch sauviel Geld. Ähm... Ja, Gewürze... Ja, tatsächlich. Wenn der die irgendwann braucht. Noch braucht er die, glaub ich, nicht, oder? Schon auf seiner zweiten Insel schon. Echt? Wow, er kauft schon Gewürze an. Krass. Auf seiner zweiten Insel. Er kauft auch schon Alkohol an. Okay. Hat auch richtig Bock auf Burger. Jemand. Da will aber jemand ganz schnell aufsteigen. Ja, da will aber jemand ganz schnell aufsteigen. Habe ich, habe ich so das Gefühl. Aber warum tut der das auf der zweiten Insel? Ja, weil die Insel, weil die Zweitinsel größer ist. Das wird seine Hauptinsel werden. Ja, komisch. Die Zweitinsel wird einfach nur sein, äh, seine Startinsel bleiben. Und vielleicht irgendwann besiegt er noch eine dritte. Aber ich habe so das Gefühl, wir haben, der Gelbe ist schon out. Out of Order. Einfach, weil er so eine, also wirklich eine Scheißinsel zum Start ausgesucht hat. Ja, stimmt. Ich glaube, deswegen ist der halt einfach schon, ja, einfach schon Geschichte. Ja, wenn du sogar deine Hauptinsel verschieben musst. Ja, also seine andere Insel wird, glaube ich, schon als Hauptinsel gegangen. Aber ich hätte mein Konto dann halt nicht Richtung Maprand gebaut, sondern Richtung Mapmitte. Und dann hätte ich halt mir ringsherum einfach mal drei Inseln gesichert, damit ich da, weißt du, damit ich da entsprechend Ressourcen rankarren kann. Aber so ist halt, ja, schwierig. Bestimmt. Weil so kann er sich ja eigentlich, äh, vor allem er wird nie an Erz rankommen. Ja, ist besser für mich, kann ich ihm die ganze Zeit verkaufen. Kein Stein, kein Erz, nix. Das ist so doof einfach. Warum die KI das macht, verstehe ich manchmal nicht. So, ich verstehe, dass wir die besten Inseln wahrscheinlich weggepickt haben. Ja, das, das verstehe ich, aber... Es gab ja noch, also der Blaue hat ja die Zweitinsel auch irgendwann erst angesiedelt, so, weißt du. Das war ja auch noch eine gute nördliche Insel, wo immerhin Tabak drauf wächst. Und dann gab es noch diese Gewürzinsel, die ich jetzt mir noch genommen habe. So, das, da gab es ja noch gute Inseln, die alle Erz drauf hatten, so, weißt du. Und Stein. Aber nein, er nimmt sich die Insel da hinten. Naja, gut. Jedem das Seine, ja. Also da steht kein Berg im Weg zum Bauen. Ja, das ist ja das Einzige, wo ich sage, das ist wirklich ein Vorteil auf der Insel. Aber dann müsstest du halt die Insel wirklich, also wirklich, also klar, am Anfang kannst du da ein bisschen Alkohol drauf anbauen. Fischerhütten nutzen, weil broken und dann halt nur Stadt drauf bauen. Und dann hätte ich halt den Konto auf der anderen Seite gemacht, damit du schneller rankarren kannst. Und ich erstmal komplett rumfahren muss um die Insel, aber hey. Was soll's. Ich verkauf, ich verkauf Ziegel. Und ich warte, bis ich genug Geld für eine Erdschmelze habe. Ja, hä, verkauf, ich verkauf halt Ziegel. Echt, kaufen die wieder an? Ja, also, ein paar haben wieder angekauft. Ich fahr jetzt halt, ja, okay, blau hier oben verkauft mittlerweile Ziegel. Er auch. Na, okay, ich glaube, jetzt habe ich, ja, doch unten, der gelbe, verkauft noch neun, kaufst noch neun Tonnen. Ja, den Rest, der Rest lohnt sich bei mir nicht, dass ich den verkaufen gehe jetzt. Den karre ich lieber auf meine eigene Insel. Ja, ich brauche halt ein bisschen Geld, dass ich Tabakproduktion hier endlich, äh, hm. So, hier habe ich euch eigentlich Baumaterialien gesperrt. Ihr könnt die Baumaterialien haben. Alle, gönnt euch. Die, das eine Tonne, die eine Tonne Werkzeug, die noch rumliegt, so. Könnt ihr voll verbauen, wenn ihr wollt. Okay, ich bin aber beruhigt, dass ich, äh, pass mal auf, wenn ich jetzt ne Feuerwehr bauen würde, welche Ranger die? Okay, okay, der Marktplatz wäre noch in Range, das ist gut. Und die Tabakplantage auch. Ah, leider, das hier hinten nicht mehr. Ah, ich müsste hier hin. Ja, und jetzt ist die Erzart, die Erzart ist halt weg. Das ist so doof. Ah, es ist gut, dass ich da keine Erzmine gebaut habe. Es ist, es wäre nur Waste von Material gewesen. Ja, stimmt. Ich frage mich, der Pirat ist auch noch gar nicht auf dem Map aufgetaucht, oder? Also, ich beschwere mich jetzt nicht, aber... Ähm, ich jetzt, also ich möchte mich jetzt nicht beschweren, oder so. Dass der noch nicht da ist. Aber... Ja, okay. Ich frage mich halt, wann die KI jetzt irgendwann anfängt, oder haben wir einfach die KI-Auto? Er verkauft Werkzeug? Wer verkauft Werkzeug? Was ist denn mit ihm los? Ja, bis ich da hinkomme, ist es weg. Da brauche ich gar nicht erst hinfahren. Das hat ein freier Händler. Wer verkauft Werkzeug? Der Blaue verkauft Werkzeug auf seiner Hauptinsel. 10 Tonnen zu 70 Talern. Das ist einfach das beste, günstigste Werkzeug, das du kaufen kannst. Ja, das Problem ist, bis ich da hinkomme, ist es leider weg. So, ich bin mir ziemlich sicher, bis mein Schiff da hochgekarrt ist. Wobei... Ah, nö, nicht mal. Da ist gerade kein Händler hin unterwegs. Auf geht's! Direkt kein Geld mehr, aber hey. Hauptsache ich günstig Werkzeug gekauft. Ja, das ist ganz ehrlich, muss man mitnehmen, so günstiges Werkzeug. Es ist halt echt kein Händler hin unterwegs gerade. Ah, doch, er könnte unterwegs sein. Wenn er unterwegs ist, ist er schneller, glaube ich. Oh, er ist schneller. Ja, das wird der Händler kaufen. Ich bin mir fast sicher, dass der Händler schneller ist wie ich. Leider, leider wohlgemerkt. Ich war eigentlich auf... Ich bin echt erstaunt, der Pirat noch nicht da ist. Gut, es gibt... Ich weiß gar nicht, ob der Pirat sich eine 100%-Insel nimmt. Ich glaube, Piraten nehmen sich immer nur 50... Also, wo immer nur überall 50% ist auf einer Insel. Das heißt, er kann... Ah, doch, es gibt hier unten noch eine Insel, wo nur 50% von allem drauf ist. Okay. Wenn wir uns die jetzt holen, kann er sich dann nirgends wo hinziehen. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, er siedelt trotzdem. Aber er sucht deutlich länger. Ja, das Werkzeug ist weg. Ich habe es versucht. Die freien Händler waren einfach zu schnell. Nichts zu machen da, nichts zu machen. Ja. So, er hat... Er fragt halt auch noch Gewürze schon nach. Stimmt, wir haben eigentlich das Gewürzmonopol auch, ne? Gibt es sonst nirgends wo Gewürze? Also nicht... Also es gibt schon Gewürze, aber halt nur... ...auf so winzigen Inseln noch, ne? Und 50% baut die KI halt nicht an. Und sonst gibt es halt nur Gewürze noch auf so dieser eine Berginsel da unten. Da kriegst du vielleicht zwei Plantagen hingequetscht, wenn es gut läuft. Oder vielleicht drei. Und sonst... Ja, nö, Gewürze ist irgendwie... Stimmt. Es gibt sonst... Aber der Gelbe hat Gewürze auf 50%. Ja, ja, das Ding ist, die KI baut bei 50% nix an. Die machen das nicht. Die sind... Weißt du... Es wäre ja clever, das zu machen, wenn du keine andere Insel kriegst. So, ja? Ja, ja, das ist richtig. Oder wenn du halt sagst, ja, okay, das... Die Insel ist mir zu klein mit 100%. Wo da eine Berg draufsteht. Weil da sind noch 100% Gewürze. Da siedle ich nicht. Ich nehme es lieber auf meine große Insel und nutze den Platz aus. Und baue da halt Gewürze an. Halt nur mit 50%. So, das ist... Macht die KI halt nicht. Die KI denkt sich so, hm, 50%... Nee. Nee, lass mal. Lass einfach. Ich will da keine Gewürze bauen. Eigentlich will ich keine Gewürze bauen. Ich brauche zwar Gewürze, aber eigentlich noch nicht. So, so, so trinkend brauche ich sie doch nicht. Ja, passt. Dann verkaufe ich ihm halt die ganze Zeit was. Ja, ist ja völlig legitim. Mhm. Ah, ich weiß nicht, ob ich da hinten eine Fischerhütte bauen möchte. So, also Tabakproduktion läuft jetzt auch. Jetzt muss ich mal schauen. Jetzt muss ich nur meine Häuser upgraden lassen. Mal ein bisschen. Mal sonst, ähm... Sonst habe ich irgendwann ein Problem mit dem Geld. Ja, da wäre ganz gut. Ja, ich habe auch ein kleines Problem mit dem Geld. Minus 60 Bilanz und noch 270 Dollar übrig. Ah, ist nicht so gut. Schule, wir sind ja nicht da hin. Ah, ist zu weh. Ja, ich bin jetzt auch gerade echt starke Minus. Aber was soll's. Ich kann, äh... Eventuell was stilllegen. Wie so ein Holzfäller hier. Ich brauche gerade kein Holz. Ich brauche nur genug, äh... Ja, hier der Holzfäller auch. Ganz ehrlich. Ja, wenn meine ganzen Pioniere dann zu Siedlern werden, dann passt doch alles schon wieder. Ja, ja, ja. Ja, ja. Die Mü... Dies braucht halt nur eine gefühlte Ewigkeit gerade. So, ich muss auch jetzt mal ein paar Sachen stilllegen. Ich habe nämlich zwei Werkzeugschmieden. Da sollte eigentlich genug Werkzeug für alle da sein. Ja, ich habe auch elf Tonnen Werkzeug rumliegen und die Bauerechte freigegeben, aber... Äh... Es baut halt da jetzt gerade noch keine aus. Ich könnte natürlich auch noch eine zweite Kapelle hier hinsetzen. Hm. Um, äh... Noch mehr Häuser aufstiegsberechtigt zu machen, im Prinzip. Mache ich jetzt, glaube ich, auch. Achso, ich habe das Geld dafür nicht. Never mind. Gut, äh... Dann würde ich sagen, ähm... Nächste Folge, ähm... Schauen wir mal, dass wir uns beide aus der Geld-Finanziellen-Lage retten, ne? Wir müssen... Wir müssen da raus. Aus diesem Tief. Aus diesem nicht endenden Tief, muss ich ja wohl sagen. Bei mir war es am Anfang schon nicht gut. Naja. Dann würde ich sagen, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.